Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Schweißen ist eine Handwerkskunst, die große Sorgfalt, Feingefühl und eine gehörige Portion Sachverstand erfordert. Im Schweißfachbetrieb Armin Hausmann hat man diese wichtige Fertigkeit perfektioniert und liefert überragende Ergebnisse. Das mehrfach zertifizierte Spitzenunternehmen genießt einen exzellenten Ruf und kann stolz auf viele erfolgreiche Projekte in aller Welt verweisen. Dabei konnten auch schwierigste Aufgaben mit Bravour gemeistert werden. Zu den Spezialgebieten zählen Schweißarbeiten an Schienenfahrzeugen und Autoteilen sowie die Fertigungsbegleitung für Fahrzeug- und Leistungstransformatoren. Unternehmen aus der Medizintechnik, der Verkehrsbranche sowie dem Maschinen- und Anlagenbau wissen, was sie am Schweißfachmann und Leerschweißer Armin Hausmann und seinem Team haben. Einen Partner, auf den man sich voll und ganz verlassen kann. Armin Hausmann – Schweißtechnik für das 21. Jahrhundert